Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppel ZD und willkommen zu einer weiteren Folge Waro4, zusammen mit dem Team Quasi-Dodo, aka Tinendo und die Doppel Z-Lack. Hallo, hallo und Karzen ist auch mit am Start. Karzen ist auch mit am Start? Karzen heißt er, der kleine Racker? Karzen, Karzen, nein, sie heißt Amy, aber der inoffizielle Name ist Karzen. Wie Katze, nur lustig ausgesprochen. Ich geh jetzt auf jeden Fall auf den Server, ah, jetzt versteh ich's. Jetzt hast du, ne? Jetzt zu langsam. Ich merk schon. Warte, ich hab dich gar nicht vor, ah, jetzt seh ich, was du machst. Du siehst, was ich mache, ja, ja. Rede, rede, mein Sohn. Rede, rede, Makarele, Leute. Wir sind wieder mit am Start und ja, wir machen uns wieder einen gemütlichen, würde ich sagen. Ne, so gemütlich wird er diesmal nicht wie letzte Folge. Ich lese jetzt schon in meinem Kopf die Kommentare, wie alle ausgerastet sind, weil ich so unproduktiv war. Ich geh mal ein bisschen in die Mitte, zur Titte, zum Nether, zum Sack, glaube ich, so sagt man das in der Minecraft-Szene. Richtig, richtig. Immer schön viel Titte sagen. Okay, ziemlich krass. Ja, das macht auch gar nicht, ich seh nur einzelne Bilder, aber das macht gar nichts. Hätte ich, hol mal das Mikro näher an, möchtest du mal was sagen? Faison ist da. Guck mal, Faison, komm nochmal. Ja, das war ja so klar, dass er sich nochmal einloggt. Wenn er noch eine Folge hat, dann wäre er schön blöd, wenn er es nicht machen würde. Oh shit, Leute. Oh Gott, das wird jetzt... Guck, da muss hier... Ich reagiere gar nicht drauf. Der kann halt jetzt... Oh, der kann so krass in der Nähe sein, Alter. Der Kitty ist... Doesn't give a fuck, Mann. Ja, ich gebe auch keinen Fick, Leute. Faison hat nämlich hier vor der Folge eine Runde aufgenommen, schon auch eine Folge aufgenommen. Und ja, mir war es YOLO. Also wir haben jetzt kurz noch gewartet, bis er weg war. So YOLO war es uns dann auch wieder nicht. Weil Faison weiß man halt nie. Ich glaube, ich laufe sogar gerade wieder dahin. Ja, du rennst ihm 100 Pro in die Arme, Alter. Guck mal, das ist hier echt. Du bist echt, du bist echt. No risk no fun ist dein Motto, ne? Ich merke das schon. Ja, IZZ steht für no risk no fun, glaube ich. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, Faison möchte unbedingt für das Massensterben von quasi Dodo verantwortlich sein. Ja, voll, Alter. Der kann ja echt immer noch in der Nähe sein. Das ist echt krass. Ja. Okay. Wenn er gleich da unten langläuft, dann machst du einfach mit Karacho Kamikaze auf sein Gesicht. Ja, wir haben ja alle gesehen, dass Faison nicht der schnellste ist in Minecraft. Ja, das ist ja langweilig. Das ist ja gar kein Problem, da sind wir ja direkt weg. Ganz gemütlich bauen wir uns hier hoch. Also wir sind dann direkt weg, natürlich. Ich glaube, die Katze möchte nicht mehr. Geh mal, die mal jetzt. Tschüss. Ihr habt übrigens coole Vorschläge gemacht, gegen wen wir kämpfen können. AnyArt zum Beispiel. Gegen wen? Gegen mich. Gegen dich zum Beispiel haben viele geschrieben, kämpf doch gegen Tenendo, hol den doch einfach wieder rein. Mach den fertig dann wieder und dann ist er wieder tot. Genau so, das haben die meisten. Oh, das ist wieder analog schön. Ach, cool. Und da vorne, aber der wird sich ja auch bewegt haben, der hängt ja nicht die ganze Zeit da vorne. Ach, ach. Das sind aber so richtig Hochsteckblöcke. Guck mal, überall. Guck mal, sogar Netherbrick und Holz. Oh ja, Alter. Verrückt. Ich bin gespannt, was passiert. Das könnte jetzt spannend werden. Ich hätte jetzt nur drei Folgen lang Cleanstone gebrannt, damit du für alles gewappnet bist. Aber der könnte hier echt in der Nähe sein. Pass auf, pass auf. Weißt du, was ich jetzt machen würde an deiner Stelle? Aber guck mal, das war, glaube ich, die Verfolgungsjagd gegen Basti und Veni. Ah, da ist ein Schild sogar. Ja, das war bei der Stelle, wo ich gesneakt wurde. Also wo ich gesneakt wurde. Ah, okay. Ich sag immer gesneakt. Geh da einfach wieder hin. Da rechnet der doch 100 pro nicht mit. Glaube ich eigentlich auch nicht. Geh da einfach hin und bau dir da eine Basis. Ich bin jetzt an deiner Stelle. Ich bin jetzt Nether. Ich will einmal... Es gibt einfach gewisse Sachen, die muss man mal gemacht haben. Und man muss in Varro einfach mal in Nether gewesen sein, wenn man da noch nicht war. Weißt du was? Dann macht er doch. Dann auf. Scheiß drauf. Fuck aufs Faisen. Dann geh einfach jetzt in Nether. Ist doch völlig egal. Hauptsache, du warst mal da. Und wenn du da weit drauf gehst. Ja. So. Nämlich. Jetzt hat Teneno nämlich mal ein Machtwort gesprochen. So ist er. Da am Tisch hab ich gehauen. Oh Gott. Jetzt reicht's. Alter, der ist doch hier locker irgendwo. Der ist doch hier locker irgendwo, Alter. Lauf einfach weiter. Selbst wenn er da ist, dann... Ja, YOLO. Dann rennt er dir halt hinterher. Das wird so früh genug merken. Ist zwar so, als würde man gegen vier Leute gleichzeitig spielen, aber was soll der Geiz? Ah, was soll es? So. Was soll es denn? Hat der eigentlich noch was geschrieben? Nee, oder? Ich wette, der läuft gerade einfach quer über die ganze Map, ey. Geschrieben? Meinst du in der Gruppe? Wie gesagt, das kann ich dir leider nicht sagen. Nee, nee, in der Gruppe nicht. Hier einfach auf dem Server. Achso, nee. Ich glaube nicht. Nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich damit rechnet, dass ich zur Mitte gehe oder vielleicht sogar schon in der Mitte bin. Weil das Schlauste theoretisch natürlich jetzt ist, Level zu farmen. Und das kann man ja bekanntlicherweise ganz gut. Guck mal, es sind überall so Blöcke, Alter. Ja, die können auch alle von dir sein, weil du bist auch so eine Pflaume, die überall dir die Blöcke zurückzieht. Kann sein, ja. Komm, der ist doch in der Mitte. Wobei, ich glaube, der weiß, dass ich super schissig bin. Boah, guck mal, Alter. Ich glaube, der weiß, dass ich super schissig bin und glaubt nicht, dass ich echt in die Mitte komme, wenn er auf dem Server ist. Ich weiß nicht. Wird man sehen. Versuch's einfach. Aber er hat anscheinend nicht mehr so krass Bock zu snipen, weil er nimmt ja komplett random alleine auf. Vielleicht bereitet der eine Falle vor oder so. Kann ja auch sein. Stimmt. Das ist, also das klingt... Nee, Faison macht keine Falle. Also, Faison ist auf jeden Fall keiner, der sich einloggt und dann eine Folge lang nur rumläuft. So wie ich meinst du? Ja. Das stimmt natürlich. Ich glaube, der durchdenkt, also der denkt, also er hat Ideen, die er umsetzt, denke ich. Da ist die Schlucht. Ja. Du bist aber gut dabei. Ja. Sehr schön. Ich habe richtig Schiss, Alter. Ich habe richtig Schiss. Ah, du musst einfach nur auf die Fallen aufpassen, rund um die Mitte. Da waren nämlich ein paar... Guck mal. Oh. Warum ist sie hier? Warum ist das da? Okay, die Sonne... Oh. Was? Oh. Rechts. Das ist voll creepy. Das kann auch andere Gründe haben, oder? Ich weiß nicht. Also, gegenseitig töten die sich ja eigentlich nicht, aber... Dann ist Holz. Hm. Lauf einfach weiter. Ich würde jetzt nicht anhalten. Außer du möchtest ihn töten. Dann ja. Ja, Sigi, ich suche den ja. Ich will den ja snipen und so. Ja, sicher eh. Was frage ich überhaupt? Hä, warum geht denn Siri an? Hallo Siri, ist Faison in der Nähe? Du musst das Gerät erst entsperren. Du musst das Gerät erst entsperren. Okay. Hey Siri. Warte kurz. Ja, warte. Hey Siri, ist Faison in der Nähe? Oder in der Mitte? Oh Gott. Hast du gehört? Von theologischen Diskursen halte ich mich fern. Alles klar, Leute. Von theologischen Diskursen hält sich... Warum ist Faison so gut in Minecraft? Tut mir leid, Marcel. Ich verstehe. Firma Heli Siri, warum ist Facebook so gut in Minecraft nicht? Ja. Ich weiß Siri auch nicht. Keiner weiß das. Das ist ein Mysterium. Das wird auch wahrscheinlich niemals aufgedeckt. Facebook ist ja bekanntlich am besten in Minecraft, ja. Ja, aber warum ist Facebook so gut in Minecraft? In Minecraft, Entschuldigung. Das ist eine Frage, die... Weil es Kitty, Mac, man sieht sie gar nicht. Überhaupt auch nicht. Warte, wenn wir jetzt hier schon geil sind, dann machen wir auch Katzen-Content, oder? Du möchtest doch Katzen-Content haben, oder? Voll. Wenn mir eins wichtig ist, dann das. So, jetzt hast du eine Katze im Hintergrund. Geil. Besser eine Katze im Hintergrund als Faison. Hey, hey, hey. Ich hab gehört, Facebook ist gut in Minecraft. Also nicht so viel Diskrimination hier. Wenn Faison Buch schreibt und das Faison-Book nennen, dann geht's schon ein bisschen in die Richtung. Ja. Verzaubert das aber bestimmt dann auch. Das kann ich mir echt vorstellen bei dem. Also ich bin nicht mehr weit weg von der Mitte. Ja, dann können wir ja. Ich würde einfach auch rein... Faison macht's immer so. Pass mal auf. Ich bin auch so krass. Warte. Ja. Au. Aber es war knapp. Du brauchst halt für diesen Move, brauchst du dann mindestens schon mal einen Block. Aber du bist echt gleich in der Mitte. Oh Gott, jetzt wird's echt gruselig. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen... Du hast sogar noch... Oh Gott. Da ist sogar noch ein Hase. Da bin ich noch im Hintergrund offen. Ey, die ganzen WoW-Sounds kommen die ganze Zeit. Ich erschreck mich die ganze Zeit. Eigentlich müsste ich, bevor ich da reingehe, mir so einen Kessel machen. Fuck off. Nein, Quatsch. Jetzt fang nicht so an. Sonst kommst du da nie rein. Bis du den Kessel zusammengefarmt hast. Ich weiß nicht mal, was du dafür brauchst. Wahrscheinlich eine Menge Eisen wieder. Ja, das geht ganz easy. Also man nimmt zum Beispiel... Ich hab gar kein Holz, ne? Nee. Und wenn du dann gleich vor dem Nether-Portal stirbst, dann wirst du das dein Leben lang bereuen. Aber Holz... Das hab ich jetzt schon. Ja, Holz brauch ich aber sowieso. Das geht um unseren Baum. Wo wir kommen. Komm, komm back to the roof. Ja, das ist ein Zeichen. Hier muss Felsen sein. Oh, da ist unsere Workbench. Da, guck, nimm die doch. Ja, oh cool. Ja, schön mit der Spitzhacke abbauen. Ja, gut, damit Lapis, ne? Ja, jetzt hättest du den Block auch abbauen können. Was? Ah, das waren Zeiten. Weißt du das doch? Die Workbench nehm ich mit. Ich nehm unsere Workbench wieder mit. Ja, sehr gut. Da haben wir noch gelebt damals. Das war nur unser Leben, Mann. Da haben wir noch gelebt. Das warst du, der gestorben ist, nicht wir. Nein, nein. Nein, nein. Das ist alles anders. Vielleicht kriegst du jetzt noch einen Apfel, ey. Das wär der Baum der Erkenntnis. Stell dir vor, der hat sich jetzt einen Apfel gegeben. Ein lecker Apfel. Au! Boah, Alter, hab ich mich jetzt. Mein Puls war direkt auf 1000. Ich hab mich auch übel erschrocken, ey. Ich hör die Zombies ja nicht. Ich dachte, jetzt ergreif ich in der Hand. Ich auch. Ich hör den Fasen ja nicht. Ich hör den Fasen ja nicht. Ähm. Ich hör den Fasen sehr gut in Facebook. Ja, das stimmt. Kleiner Funfact. Facebook.com slash Fasen. Ja. Kein Apfel, wa? Woll? Ähm. Nö. Das Holz hab ich da gelassen, Leute. Weiß ich, aber... Dann kommst du einfach später nochmal wieder und sammelst die Äpfel ein. Ah, die Pferderüstung, auf die kann ich kacki machen. Ja, dann nimmst du lieber die Cobblestones mit. Ähm. Ach so. Hier, was ich dir zeigen wollte noch. Ja. Das ist die heilige Workbench jetzt, ne? Genau, das ist die heilige. Man macht das so. Beim heiligen Licht. Ach, guck mal. Ja, sieh da. Sieh da. Aber jetzt musst du die Workbench wieder einpacken. Und jetzt... Ja, ich weiß gar nicht. Da muss man dann wahrscheinlich extra nochmal Wasser reinmachen oder so. Mal gucken. Ja, mach das jetzt rein und dann baust du wieder ab. Nee, ich glaube, das kann man jetzt nicht. Ich glaube, den kann man nicht voll machen. Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also in der Hölle, da ist dein Wasser dann ganz weg wahrscheinlich. Nee, das muss ich doch da reinpacken können dann. Ich weiß nicht, ob du das mit Wasser abbauen kannst. Frag mich nicht. Da bin ich... Also so weit war ich... Ach komm, jetzt versuch ich's mal. Wenn ich den jetzt wieder abbaue... Mit der Spitzhacke. Meinst du, der ist dann voll? Nö, jetzt hast du gar kein Wasser mehr. Ja, siehst du, das hab ich mir gedacht. Toll. Gar kein Wasser ist auch keine Lösung. Ach, nach vorne. Warte, warte. Ich weiß nicht. Nee, warte mal. Guck mal eben, ob... Hast du den Kessel überhaupt mit? Ja. Ja, okay. Okay, dann hab ich richtig gesehen. Hier ist viel los, ne? Ja, gönn dir. Pass auf den Boden auf. Da sind überall Fallen. Da sind mit Sicherheit vier Fallen oder so. Was sind denn Fallen in Minecraft? Äh, das ist so ne... Da ist tief und dann tust du Fallen. Pfff. Okay. Hm, ja, ja. Wo ist denn jetzt hier Wasser? Weil ich will nicht extra da hoch jetzt. Ja. Ich geh einfach durch. Ich schwör dir, du wirst gleich so krepieren, bevor du da durchgegangen bist. Echt? Wenn es passiert was? Ja, die... Spielstens willst du, wenn du in eine Falle einfach reingegangen bist. Guck mal, hier ist ein... Hier ist vielleicht... Das ist vielleicht ein Zeichen. Ja. Das auf jeden Fall. Da verbirgt sich wahrscheinlich ein Goldkessel für mich. Genau. Wir sollten jede... Oh, das ist ein Jump'n'Run. Ah! Nee, schau mir nicht. Ja, warum ein Jump'n'Run? Den Varro, das hat mir auch noch niemand gemacht. Stimmt, das wär cool. Ja, genau. Aber ich will erst Wasser, da vorne, okay. Okay. Oh Gott, die könnten überall Fallen sein irgendwie. Jedes Zuckerrohr könnte eine Falle sein, fällt mir gerade auf. Ja. Nicht so viel Fallen. Haha. So. Sag ich den Gegnern auch immer. Leute, nicht so viel Fallen. Ich frag mich, was Faison denkt, wenn er dich beobachtet so. So infiltriert von außen und beobachtet. Was macht der da? Ja, und ich bin einfach... Das ist die Strategie einfach nicht. Ist auch so unberechenbar. Man weiß wirklich nicht, was der Junge im Kopf hat. Das Ding ist, ich weiß es ja selber nicht. Wie soll man das dann analysieren? Du entscheidest halt alle 20 Sekunden, was du hier als nächstes machst. Ey, er hat mich beschossen. Oh, guck mal, die sind süß. So. Nicht mal was mitgenommen davon. Oh, süß. Ey, süßi, sweetie. Aber super viel Häppchen haben wir nicht mehr. Komm, jetzt geh in Nether. Scheiß auf das. Okay. Wer baut denn hier Bäume? Ich? Was ist das hier? Was ist das? Eine Falle wahrscheinlich. Achso. Du willst das echt wissen, wa? Ja. I want to know. I want it all. Wie komm ich jetzt da hoch? Durch die Tür. Cool, ich war noch nie im Nether. Weltrekord. Juhu. Rein da. Uff, uff, uff. Oh, jetzt siehst du... Ist doch locker irgendwo eine Falle oder so ein Scheißdreck. Sicher. Da sind auch Dena und Tobi fast gestorben. Hab ich aber nicht geguckt. Deswegen kann ich nicht sagen, wo die Falle ist. Sind ja nicht alle fast gestorben? Ja, klar. Wenn ich brenne, ist das hier jetzt Feierabend? Ja, es sollte... Sollte... Halbes Herz sollte es, glaube ich. Boah, das war... Junge, Alter, ey. Mach doch nicht so eine Käse. Ich hab meinen Kessel. Das klappt schon. Ich weiß nicht mehr... Wenn du den Kessel hast, dann kannst du dich retten. So, dann renn erst mal eine Weile. Muss ja... Boah, guck mal, da hinten sind richtig viele Nether-Wartzen. Wartzen. Swag. Da muss auch noch eine Wartze. Die Schweine nicht angreifen, weißt du, ne? Die greifen dich erst an, wenn du die angegriffen hast. Ja, dann greifen dich aber alle an, glaube ich, ne? Genau, dann gehen die alle auf dich, du Bäume. Du kannst das vorher auch ausschlagen mit deinem Schwert. Nö, wär ja voll die Verschwendung. Guck mal, eine Wurzel. Guck mal in die Lava. Ja, eine Wurzel. Und neue Wurzel. Bau da lieber die Lava weg. Das ist doch Quatsch, was du da machst. Boah, geht alles kaputt, ne? Aber zwei hab ich bekommen. Hoh! Guck mal! Wurzel! Willst du nicht noch vorher Lava dahin machen, damit die Sachen alle verbrennen? Wie, was meinst du? Ach, nichts, gar nichts. Das verstehe ich nicht. Du sammelst nicht. Die will ich doch gar nicht sammeln. Ich brauch doch nur die EP, oder? Ja, ein paar Wurzel für den Trank. Ich weiß nicht, ob du den Trank brauchst. Echt? Was soll ich denn wegschmeißen? Bin überfordert. Federn ein Stake. Du wirst niemals so viele Pfeile machen. Doch, oder? Ich weiß nicht. Du brauchst doch pro Pfeil eine Feder. Ich hab voll viel Lapis, oder? Das braucht doch keiner. Ja, ich würd eher Lapis mitnehmen als Federn, weil Federn hast... Ist doch egal. Hey, jetzt sei aber nicht so, wie du bist. Sorry, Mann. Was braucht man denn mit Smaragdis? Die brauchen wir doch auch nicht, oder? Die kannst du verkaufen. Ach, Mann. Hab ich jetzt nochmal Lapis weggeworfen? Ne, nochmal Lapis? Ne, ich hab doch jetzt die Feder weggeworfen. Achso, ich hab das nicht gesehen gerade. Musst du mal hingucken. Muss immer hinjucken. Was bist denn du für ein Teampartner? Entschuldigung, Entschuldigung. Es leckt sehr. Es ist halt eine tolle Übertragung. Unerhört. Den 10 Level hast du schon. Und dann können wir richtig viele Bücher verzaubern. Ja, sieh gut. Puh, das war richtig krass knapp. Schi, schi. Möchte ich da einfach mal sagen? Alter. Hast du dich doch gerettet? Man muss vorsichtig sein im Nether, ne? Sollte man, ja. Also deswegen warst du wahrscheinlich auch noch nie da drin. Ja, ja, das stimmt. Auch nicht schon wieder gekickt werden. Nächste Folge, Leute. Ja. Machen wir ein richtig großes Verzauberungs-Special. Und danach gehen wir direkt in den Fight rein, Leute. Oder wir machen... ...Hier-Potter-Musik im Hintergrund. Oder dem... Das ist Harry-Potter-Musik. Verzauberungs-Special. Natürlich. Voll cool. Stimmt. Dann verkleide ich mich als Harry-Potter. Oder wir machen eine richtig krasse Falle. Geilo, Mann. Geilo Falle. Ich bin's. Der Geilo, Mann. Du einfach kriegst. Das ist ja echt der Hammer. Krass, ne? Es ist sehr schön. So, dann bau dich da. Oder auch nicht. Nö, da mach ich... Das ist mir egal, Leute. Ist egal. Laber, die spawnen. Das war's für heute, Leute. Mal gucken, ob der Faison mich gesucht hat. Bin ich bei der Folge gespannt. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Das war's für heute. Morgen gibt's dann die große Verzauberungs-Folge. Und dann geht's krass in den Fight rein oder so. Wir gucken einfach mal, was sich dann ergibt. Ich will's ja nicht zu langweilig machen. Aber das muss man auch mal machen, ja. Das erste Mal, dass ich im Nether bin. Sowohl das erste Mal einen getötet, als auch das erste Mal Full-Dia. Dann auch noch verzaubert komplett. Plus Schärfe-Vierschwert hatte ich auch noch nicht. Und nächste Folge geht's dann nochmal richtig ab, Leute. Vielleicht machen wir uns noch so einen Braustand oder so. Das wäre natürlich richtig krank, Leute. Also das muss man auch erstmal durchziehen, Leute. Das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Take this. Ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Schaut beim Turnende vorbei. Bis morgen. Und tschüss. Ja, wiedersehen. Okay, kiss.